Ich bin gerade raus aus dem Händler und versuche auf die Jagd zu gehen. Ich habe mir auch eine Angel gekauft und habe dann festgestellt, es gibt keine Angelhacken zu kaufen. Also muss ich mir welche Schnitzen zum Beispiel ausorientieren. Also immer diese Begegnungen, die einen völlig unerwartet treffen. So, wo habe ich jetzt mein Messer? Habe ich überhaupt ein Messer? Ja, Gott sei Dank, ich habe eins. Ich wollte schon wieder einen Schreck kriegen. Losziehen, jagen, auch noch Glück haben. Ich nehme kein Messer bei, das wäre ja wieder was geworden. So, Pelt nehme ich mit und das ist Guts, ne, Bones. Und aus diesen Bones kann ich mir nämlich Angelhacken schnitzen. Besser kann ich aber auch wieder wegstecken. Und wo war denn noch gleich der See? Da, da ist Wasser. Habe ich mir vorher in der Kart extra notiert. Ja, dadurch, dass ich unter anderem auch Entgiftungstabletten gefunden habe, kann ich es mir auch leisten. Relativ wasserunabhängig zu sein, denn ich kann ja dank meiner Feldflasche Wasser auch jederzeit entgiften. Jetzt sind wir gespannt, ob der Tümpel hier groß genug ist, um drin zu angeln. Auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal Bones nehmen und dann mit dem Messer so lange dran rumschraddeln. Wenn ich es niemals finde, heißt das natürlich... Oh, Messerknochen geht nicht. Heißt das, man kann sich keine... ...keine Angelhaken machen? Oder muss ich das umgekehrt machen? Erst das Messer und dann die Bones? Aha, Carved Improvised Hook. Na, mach mal. Aha, und das geht durchaus öfter. Wie sehr leidet mein Messer? Keine Ahnung. Ich werde das Messer ja auch noch brauchen, um nach Würmern zu buddeln. Oder geht das nur mit einer Schaufel? Das kann nämlich auch noch sein. So, fangen wir mit dem Haken nochmal an. Egal, Worms. Na, dann versuchen wir das doch mal. Ja, das hat eben irgendwie nicht funktioniert. Für Fische gibt es ja durchaus Geld, würde ich mal sagen. Die Angel hat jetzt 500 gekostet. Ja, ich weiß, ich habe heute eine gefunden, aber egal. Fische, so um 100 bis mehr. Also, Handvoll Fische hat man schon mal die Angel wieder raus. Da ist das ja letztlich eine Einkommensquelle. Ja, und Fischen kann man eigentlich lautschlapp. Sea Scalps bringen übrigens immer noch irgendwie 300 pro Stück. Das heißt, ich sollte eventuell in eine Schaufel investieren, sofern eine über den Weg läuft und dabei weitersehen muss. So, das war das. Als nächstes müssen wir Würmer auf die Haken applizieren. Ja, und die liegen da noch neben mir. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass einem die nicht auf die Haken kommen. Ich arbeite schon meistens mit Doppelklick, weil der Single-Click, da hakt es doch gerne mal. Das ist ein Wurm, da ist der Haken. Ja, das ist das. Einer hier, einer da. Und einen tun wir gleich an die Angel. Dann sollten wir das doch mal ausprobieren, hier. War Fishing. Ja, wirkt jetzt noch nicht so effektiv. Doch. Ne, wir haben nur den Haken vom Haken gefressen. Ha. Weil da vorne ist ein Stein. Ich hab's die Erfahrung gemacht, dass auf Steinen es sich irgendwie besser angelt. Was hier so gar nicht geht, ist ein Stück die Straße runter, äh, Schiffsstraße, den Fluss runter, noch etwas. Ich wollte gerade sagen, etwas größerer Tumpel, da brach wieder mal die Funkverbindung ab. Ja, also so, Leute, so bringt das nix, ne? Komm, ich geh mal hin. Gehe ich wirklich an den See weiter? Ich weiß noch nicht. Können wir hier mal reinstellen, vielleicht hilft das ja. Ach, das sieht doch gut aus. Fisch. Karpfen. Ich hab einen Karpfen gefangen. Und wir noch einmal, ja. Ja, also mal, wenn er gleich nach dem ersten Mal irgendwas tut, dann hat man eine reelle Schuss. Schau, so was, noch einen Karpfen. Ha. Noch einen Fisch. Und wir gleich mal mehr Wummer aus. Die Haken werden nicht ewig halten, aber das ist leider normal. Eigentlich müsste es ja heißen, I'm digging in the dirt. Und das klingt nicht so gut, I'm digging in the dirt. Just digging in the dirt. Geht aber genauso gut. What a glorious feeling, I'm happy again. I dance through the mud with a happy refrain. Das klingt nicht so gut, I'm singing and dancing in the dirt. Wie viel Wurmer brauche ich eigentlich? Gucken wir also, wenn die Angelei sich rechnet, ist das ja eine echte Einkommensquelle, ne? Wurmer kann man nicht buddeln, bis man schwarz wird. Ja, Fishinghooks selber schnitzen. Da kann ich mir wahrscheinlich so ganz toll draus basteln. Aber gucken, wenn sich das rechnet. Ich meine, wenn der Typ nicht immer leer gefischt ist. Da kommt schon Patte mal rüber. Und man macht nicht so viel Krach, als wenn man auf Viecher schießt und jedes Mal tausend Zombies und eventuell einen hungrigen Bären an der Backe hat. Guck mal, das Messer wird nicht besser dabei. Das wusste ich aber schon vorher. Aber zum Glück habe ich mir auch gleich einen Schlagstein mitgekauft. Weil ich das ja weiß, dass die nicht besser werden. Ja, der hier ist damaged und der ist auch damaged. Also, schauen wir mal. Dann zücke ich mir jetzt meine Angel. Ich glaube, ich lege sie mir auch gleich auf eine Kurzwahl. Das geht irgendwie flotter. Zum Beispiel auf die vier. Hier ist ein Gewisch. Dahinter ging so einen Schritt ins Wasser. Und so, ach nee, ich müsste vielleicht einen Haken erst dran machen mit Köder. Das geht erfahrungsgemäß besser als ohne. Okay, wenn er beim ersten Mal nicht funktioniert hat, gleich ein weiter. Das gehe ich mir? Tschüsste? Beim ersten Mal, oder gar nicht? Neu einen Karten. Yay! Blierschlüssel, Glocken, Leute. Versuchen wir genau das nochmal. Mal gucken wir in die andere Richtung. Ist zu dem Haken damaged. Einen Hakenmangel habe ich nicht wirklich. Einen Hakenmangel habe ich nicht. daher der größte freien land lebende karten den ich kenne ach der ist okay der ist hinüber schön mit dem der lebt noch er ist noch für einen fisch gut im hahn ruhend beide ruhend na schön dann angeln wir mal von hier drauf los zum glück habe ich ja genug knochen von den rotfilter dingens zeugs ach so nix haarputt macht der haken haar ein haken hat klingt sowieso das seltsam gut wie ist der zustand meines messers der ist da mag es deswegen habe ich hier und schleifstein wo die messer wieder gut ich glaube die repair to pristine mod ist noch drin das heißt ich hätte jetzt ein repair to pristine mod ist offensichtlich weg das ist aber ärgerlich und muss man jetzt mehrmals nein das ist aber wirklich ärgerlich naja schön dann ist das eben so weil das alle haken schnitzen wahrscheinlich nicht das ist was am meisten das messer schädigt sondern das buddeln im dreck ja ja ich will ganz viel angeln ich will natürlich mit dem ganzen rucksack voll fisch wieder auflaufen noch mal schauen was ich mir das schönes über zahlen kann man schon wieder der mensch dann muss ich jetzt machen weitermachen bis es der mit stelle ist das eigentlich noch hart wäre der mit naja unten links ist ja immer ein punkt der den zustand des messers anzeigt wenn der zu orange wechselt dann weiß ich jetzt was wirklich zeit den schleifstein zu benutzen die frage ist natürlich auch nicht jetzt aber jetzt haben wir den orangen punkt hier sagen wir erst mal alle lagen ein die noch gut sind so und jetzt werde ich mal ausprobieren wenn die repair to pristine mod nicht mehr drin ist dann würde er jetzt das repair auch nur bis zu dem match also bis zum gelben punkt machen ich glaube das machte auch nur so ein bist natürlich schleifsteil entsprechend schneller ab werde ich gleich ja und mich darüber beschweren dass es kein repair to pristine ergibt das war das ich habe noch zwei würmer ich jetzt mal auf haken montiere und dann angeln wir noch zweimal und dann schleife ich den kamen wieder zurück zum trader und guck mir mal an was der ganze spaß gebracht hat außer nerven abonni Ah! Seaskelaps, wenn das nicht immer so eine weite Latscherei wäre bis zum Meer von hier aus. Seaskelaps, also 300 pro Seaskelaps ist im momentanen Währungssystem echt eine Menge Geld. Mal gucken, was die Fische bringen, da rennt man nicht so weit und wird zwischendurch vielleicht nicht gefressen. Aha! Na gut, lassen wir es mal gut sein. Ja, ich hab auch schon Gummistiefel aus dem See gezogen, also geht alles. Pumbaya Trader, die Richtung, Marsch Marsch. Ich zeige entfernt, was ich denke. Ja, ich hab auch schon Gummistiefel aus dem See. Ja, ich hab auch schon Gummistiefel aus dem See. Das ist für euch eigentlich zu lesen. Die Zahlen sind kleiner geworden, ne? Sooo, ich bringe frische Fische und mal schauen, was der Händler dazu sagt. Ich kann sie mir natürlich auch selber in die Pfanne hauen, aber das übrig gebliebenes Fett reicht da schon völlig aus. Karpfen 80, mein Gott, das ist jetzt natürlich nicht so der Wahnsinns-Springer. Ja, da würde ich echt überlegen, ob ich mir in die Pfanne haue, aber ich hab so viel gebratenes Fett noch da. Ach ja, ich hab auch noch Steak. Karpfen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hatte ich offensichtlich. 8, 9, 10, 11, 13, 14. Ach, ich weiß schon, das sind die Schnipsel, die Karpfen. Jeden Karpfen kann man zerlegen und dann kommt da viel Eis bei raus. Was? Äh. Sag mal, irgendwie... Irgendwas stimmt hier nicht. Oha, das sollte ich melden. 1, 2, 3, 4, 5. Karpfen. Stimmt wirklich was nicht. Das muss ich ihm melden. Das ist schon der Fairness halber. Okay, Spaghetti, Steak, das funktioniert, das habe ich ja schon gemacht. Ist da, ne? Und bei uns, ne, die behalte ich schön. Die abfällt, die bringt 200. Bandage und Toxcure. Aber ich melde das mal eben, das geht echt nicht. Ich haue mich an. Ne, wenn ich mich hier hin haue, dann fange ich mir hier wieder irgendeine Erkältung ein. Also setze ich mich hin. It crossed. Gut, danke erstmal fürs zugucken. Viel mehr passt hier eh nicht. Ich gucke mir gleich nochmal die Preise für Fische allgemein an, ob sich das rechnet. Sonst muss ich mir tatsächlich mal ne Zacke kaufen oder ne Schaufel und dann auf Sea Scallops gehen. Mal sehen. Mal sehen. Tschüss. Musik Musik